Wuhu, wir drücken Bender in groß. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in meine Jugend und wenn ihr auch so gespannt seid zu sehen, wie Bender Stück für Stück entsteht, dann kann ich euch vorab nur empfehlen, eurem Fuchs mal ein Abo und Like da zu lassen. Ich also angefangen die ersten Teile über Nacht zu drücken und ich sag's euch, Bender wird groß. Anders als der aus dem AMS-Video. Ich mein so groß, dass wenn man damit ins Kino gehen würde, müsste man nur den Eintritt für ein Kleinkind bezahlen. Really? Okay, ich bin abgedriftet. Ich also die Teile gedruckt und mir gedacht, so eine Perücke hätte doch was. Also natürlich gleich passend zum Bender eine Perücke in derselben Farbe gedruckt. Steht's mir? Und hier die ersten Teile, Freunde. Der Kopf vom Bender und das Schnurrbart entwischen. Und hier ist der Körper. Der kam an der Front nicht so gut raus, aber der hält sich mit dem Schleifpartner. Back to the basics. Erstmal Support weg. Dann noch die Antenne vom Support befreien. Und das war Part 1 von...